Hallihallo, ich bin der Muffin Ralf auf Kanada 2.1 und wir spielen Leech of Legends bzw. Leech of Silver von mir getauft. Wir spielen Gnarr Toplane und natürlich bin keine Pussy, wir spielen im Rangit. Wir haben Gnarr Toplane, mich, eine Queen AD Carry mit einem Silien Support, Warwick Jungle, Mordekaiser, Mildlane. Was bei denen ausschaut, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, aber relativ viel AP. Das Report ist spannend in Akali, man merkt schon, dass ich in einer Low-Elu bin. What will people in my games today in bot? Also dann, wir spielen jetzt ein bisschen drauf los und schauen, ob wir ein bisschen Silo kriegen. Ich weiß, immer noch nicht gegen alle Spiele. Ich denke eher so gegen Akali oder Shyvana. Ich denke gegen beide. Das wäre unvorteilhaft für mich. So, auf jeden Fall. Ich sollte immer den Red Buff covern. Minions haben spawned. Ah, dauert immer so ein bisschen, bis die Minions kommen. Okay, Red ist safe. Alles klar, dann fangen wir an zu farmen. Und schauen, wie viel farme ich am Ende kriege. Ich glaube, nicht mehr als 100. Wer das falsch macht, natürlich. Ich hoffe nochmal sicher und check hier so ein bisschen die Püsche. Gott, Akali. Das Knarre. So, Armin, Orken. Das ist ja nicht Knide gebraucht für ein Rook. Doch ehrlich sagen, Knarre ist nicht so mein Champ. Ich wollte einfach spielen im Rank. Ja, jetzt spiele ich den einfach. Man lernt Champions ja auch nur durch Lernen halt. Ah, nice. Ah, fuck. Ja, okay, auf jeden Fall. Failgame. Lol. Okay, Feed Mordekaiser. Policen müssen weg sein. Borde. Was dann irgendwie Chiwana hier vorbeischaut. Von welchen Gründen auch immer. Bleh. So, Akali wird spätestens erst nervig. Wenn die dann Level 6 wird, dann ist es richtig kacke. Oh, fuck. Sollte ich sie endlich jetzt damit erreichen, dass sie ja wunderschön hat. Okay, läuft gerade relativ gut. Spiel. Also jetzt hier nicht lane-technisch, sondern hier eins. Ah. Aua. Sehr schlecht. Zurück, ich will mich äh, äh, Ege-Hack-Narren. Ah, keine Ahnung. Natürlich muss ich auch anfangen, wieder Autorgest Text zu geben. Oh, der Kaiser wird gefühlt. Nein. 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 Kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Ah. Scheiße. Okay. Sich hinnehmen. Da habe ich ziemlich verkackt. Ich hätte da einfach nicht reingehen sollen. Ich kann Farm verpassen, also sofort auf die lane. selber noch mal Level 6 gewonnen. Gar nicht praktisch. Ich muss erst mal ein Mega-Knab werden, um ein bisschen weiter reinpushen. Bisschen Kopfhaue hier. Bam. 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 Jetzt muss ich meinen Boomerang verraten. Fuck. Huh? Ah, wow. Oh, oh. gut job perfekt geplant alles bestes timing perfekt dann auch mein items zusammen der start von mir war richtig schlecht mit dem night fail von hier hätte ich dann auch eher besser poken soll also die rush auf sonja ist okay aber bitte ein bisschen baiten aber mit dem double buff So, alles läuft doch wieder gut. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld als sie auf jeden Fall. Vielleicht auf jeden Fall, dass ich nicht der größte Spacken bin mit Gnar. Ich kann ihn so teilweise spielen. Der aktuellste Champion ist auch gerade der Asi oder so. Gnar ist wahrscheinlich einen Monat alt ungefähr. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Allgemein so Champions, die keine Mana verbrauchen. Doch, ich... Gott. Auch wieder schlecht. Ich merke nicht nur, dass ich, äh, dass ich nicht Gnar so komplett beherrsche. Man merkt auch, dass ich komplett, ja wie kann man sagen, einfach nur schlecht bin einfach. Da fängt schon langsam an, wieder unausgeglichen zu werden. Wieder ausgeglichen mit dem Geld her. Oder Gold oder was auch. Oder Kaisers ist aber auch blind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine spezielle Taktik war. Auf jeden Fall, der macht Schaden am Ende. Ein bisschen Farming-Action. Less ping. Wrapped Akali. Hier in meinem Mega-Knar-Form. Gut. Schade, dass ich jetzt keinen guten Engage machen konnte. nochmal warten, bis ich ein Mega-Knar werden kann. Geht sowieso weg. Soll mir recht sein. Ein bisschen mehr Free-Farm. Okay, das Viech ist weg. So. Genau. Ah, da ist es wieder. Okay, das war sehr knapp. Ich hab gerade selbst ein bisschen Schiss bekommen. Muss ich ehrlich sagen. Der Typ ist da unten. Dann kriegt er für einen... warte ich mit mal seinem Blue-Buff. Geck. Toll, das ging schnell. Okay, das ist glaube ich ein Bug, weil da ist gerade gelb. Merke ich. Oh. Da braucht sich was Schlechtes zusammen. Oh, wie das Game noch so. Weil ich. Fail-Item gekauft. Die wäre wohl angebracht. Ich wäre AFK, oder was hat er? Da dachte ich, dass ich wäre AFK. Innen, oder? Finger machen. Da fahm ich mal so ein bisschen auf. Ah ja, die waren ja irgendwo. Scheiße. Oh, dann fahren wir mal weiter. Braucht jemand Hilfe? Geil's. Oh. Nein. Oh. Hör auf, wir sind scheiße getrieben. Wir tun nur noch ein bisschen. Typ. Stunnen müssen, wobei, das wird bringen. Nein. Oh. Okay, zum Glück ist der Lee genau so scheiße wie ich. Alles klar. Dann. Oh. Wird gefightet. Meine Toplane wird gerade ein bisschen hart gepusht. Ich bleib aber hier. Ich bleib aber hier. Oh. Ich bin mehr Leben krieg. Meine Ding. Da fehlt. Meine Ulti. Falsche Richtung. Soll ich mal lieber wieder Toplane gehen? Bisschen Diffen. Bisschen Diffen. Bisschen Diffen. Alles. Am besten. Nehme. Diffen. Perfekt. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen hier herum. Die Items bei meinen Maid. Kali hat... Ich habe gerade sehr schlechte Plays gemacht, aber trotzdem noch hingekriegt. Das ist gut. Loi. Wollt mir der Mordekaiser sagen. Er war eher Katarik. Einfach Ghost. Ach stimmt. Ich kann ja kein Ding erstmal regen. Ich flasche nicht. Das war zu kostbar. Ach du Scheiße. Okay. Da wurde ich ordentlich getrappt. Aber alle getrappt. Robbing pusht, äh, Maid's Lane. Ich werde einen Fight brauchen. Der ist auch. Deswegen ich... ...bei Items hatte. Aha. Eigentlich... ...was du spielen kannst. Da hat's nicht. Carly. Da auch noch nicht. Alle, die mal jemanden reporten wollen. Weiß jetzt einfach mal ohne Grund. ...weiß ich nicht. Da waren die Maid Lane. Fuck. Okay. Das sagen, keiner hat's gesehen. Okay. Kann ich jemanden, der die Ulti aufhalten kann? Von... ...vorweg. ...weiß ich... ...wann der ein Plan vorgestellt. Ah, ich kann die auch noch stoppen. Hat so eingefallen. ... ... ... ... ... ... Ich habe ihn nicht verletzt, aber ich habe ihn nicht verletzt. Welche Aktion nennt man Silber? Toll Ok fuck Nicht voll LOL Die kriegen langsam an Feed Halt auch alles Nein, das machst du da gewinnen LOL Ok Das, äh Wahrscheinlich keiner vorausgesehen Ja, die hatte extrem viel Luck oder die hatte extrem viel Luck Einfach beides, ich brauch unbedingt Magie Resistence, weil AD-mäßig ist keiner da Benji, muss ich schon tun Ach, wir wissen nicht, ich will ja nicht Kaffee Kaffee Safe Geben Wurzeln Dann äh Gnar ist er noch die Punkt. Auch komm. Eventuell einen guten Fight starten. Nein, ich würde da weggehauen. Nicht so gerade, nicht so praktisch eigentlich. Bei beiden Seiten hat jetzt da jeweils einer gefangen. Der Glück. Wir sehen ihn in der Basin. Hauen. Loi! Ich kann einen Turm haben. Ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn einfach haben. Du hast verdammt! Ein Alli hat verdammt! Das hat zwar, glaube ich, Roly... Roly. Roly, nicht. Ich hatte einen Shutdown. Das war aber trotzdem ein bisschen free, aber man könnte... Wert eingehen. Killing Spray Oh Loli Sali Am Leben Nein die sind da Das war's für heute. Ich hätte auch eher in meiner Form bleiben sollen. Oh Gott. Auf alle Vision. Oh. Oh Gott. 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 Oh Gott.